Was war dein erster Einblick oder deine erste Begegnung mit diesem Eskimo-Volk? Wir sind als Europäer so entfremdet von der Natur und haben eine ganz andere Welt für die Augen als solche Menschen, die so intensiv in der Natur leben. Wir haben nicht mehr dieses Filo, die uns mit der Natur zusammengebracht haben, und das hat sie sehr schockiert. Diese Bevölkerung, in welcher Weise hat er dann den Evangelium bekommen? In welcher Weise hat er evangelisiert, oder hat er gebracht, die deine Erfahrung von Christus zu dieser Bevölkerung? Wie hat eigentlich dieses Volk von dem Evangelium gehört? Und noch konkreter, wie hast du den Leuten dort das Evangelium beigebracht? Also ich hatte ja nur einen Wunsch. Ich will diese Liebe Gottes zu diesen Völkern irgendwie mitteilen, weil ich doch den Eindruck habe, dass sie wenig in Berührung gekommen sind mit dem wahren Christentum, mit Christus selbst. Und ich habe als, vom Beruf bin ich ja Bildhauer. Und diesen Beruf habe ich auch gewählt, weil ich so naturverbunden bin. Und auch ein gewisses Handwerkliches Talent hatte. Und das ist alles, was ich mitgebracht habe. Also meine Begabung, zu arbeiten mit meinen Händen. Und vielleicht auch über diese Arbeit kann ich schnell Kontakt knüpfen. Er hat sich ja über sie gesünderchen. Das ist das, was sie? Und das ist das das, was die Leute. Das ist das der Zeitpunkt war, das zu sein. Das war er auch das Freundes Jauneitzel. Und ist der Zeitpunkt, um ihre Farbe zu arbeiten. Das ist das Erste, was er zu arbeiten, um die Handel zu arbeiten. Die sich selbst selbst zu arbeiten. Und er ist das, was er aus der Secret. Ein Beispiel, das wir haben sie gesehen. Inwiefern hast du auch Interesse eingestellt, dass du etwas ein Haus gebaut oder eine Kirche gebaut oder bist du Haus zu Haus gegangen und hast einen Iglu geklopft und bist reingegangen und hast dir erzählt? Inwiefern hast du dein Talent so eingesetzt? Ich habe mir Zeit genommen, erstmal zu studieren, die Leute zu beobachten. Und über den ersten Kontakt zu einem Jäger habe ich versucht, ihm zu zeigen, dass ich für sie da bin und dass ich extra von meinem Leben eine Zeit genommen habe, um mich mit ihnen zu beschäftigen und für sie da zu sein. Allora all'inizio era più un'osservanza che lui faceva, lui osservava queste persone. Poi con un primo contatto con un cacciatore lì, lui gli ha fatto capire che lui è arrivato là per stare con loro, per studiareli e per capireli e per aiutareli. Ich kann dir ein Beispiel sagen, als ich angekommen bin, haben die Leute mitbekommen, dass ich da bin, um ihnen zu helfen. Und dann haben sie aber gesagt, nein, wir sind selbstständige Menschen, wir kennen unser Land, wir kennen unser Leben, wir brauchen niemanden, der uns hilft. Aber ich wusste, dass Gott mich aus einem Grund dahin gerufen hatte und deswegen hatte ihr auch den Mut, dieses unwillkommensein ihrerseits wegzuschieben. Das war für mich nur ein Vorwand. Und ich habe intensiv, bin ich auf sie zugegangen und habe gesagt, ich kann was für euch tun. Allora, quando lui è arrivato, loro hanno capito subito, che lui vuole fare qualcosa per loro, che li vuole aiutare. Però la loro reazione era un no. Hanno detto, noi conosciamo la nostra terra, noi sappiamo cosa dobbiamo fare, questa è la nostra vita, lascio ci stare in pace, e di buono, hanno chiuso la porta. Però per lui era più un incoraggiamento, perché lui sapeva che Dio l'ha mandato là, per aiutare la gente, e anche se la gente non voleva, lui gli ha fatto capire che era lo stesso lì per aiutare. Und gleich am Anfang habe ich gemerkt, genau dieses Vorurteil gegenüber mir ist zu einem Grund geworden, für mich dort zu bleiben. Und ich habe daran gearbeitet, dieses Vorurteil in ihren Herzen wirklich wegzuschieben. Und dass sie dann sehen, dass es Gott hinter mir steht, der mich zu ihnen führt. Allora questo pregiudizio che queste persone avevano in confronto a lui, si l'ha incoraggiato e l'ha incoraggiato a fargli capire che lui non è lì per rovinare la loro cultura, ma per aiutarli, per capirli. Ha cercato di levare questo pregiudizio dal loro cuore, per fargli capire che è Dio che lo sta mandando e che è Dio che sta guidando tutto questo progetto? Qualcuno di questi eschimesi poi ha, alla fine, accettato Cristo nella sua vita? Hat jemand von diesen Volk dann eigentlich auch Jesus Christus angenommen? Ja, si. Amen, amen. Ascolta Werner, una domanda che ti faccio. Per la mia scarsa conoscenza degli eschimesi so che loro mangiano molta carne. Ora so che molti cristiani sono vegetariani, non so se questo è il tuo caso, però com'è stato il tuo incontro con la cucina degli eschimesi. Also, er weiß ziemlich wenig von den Eskimos, von den Inuits, aber er weiß, dass sie von der Kultur aus ziemlich viel Fleisch essen. Wie war das eigentlich bei dir, weil wir wissen ja, dass Christen eigentlich sehr wenig Fleisch essen oder sogar vegetali sind. Und wie war es bei dir, als du diese, sagen wir mal, Inuits Küche kennengelernt hast? Oder wie ist es halt für einen Christen dort? Das war eine besonders harte, wie sagt es, Konfrontation mit der Realität der Eskimo. Als ich zu meinem Freund, dem Natalino, gleich am Anfang gekommen bin, lag zum Beispiel bei ihnen auf dem Tisch ausgebreitet eine Robbe und die war aufgeschnitten und die Haut war auseinandergeschält und von diesen Rippen haben sich alle Stücke geschnitten und haben gegessen. Allora, per esempio, un suo amico Natalino, quando lui è arrivato a casa sua, lui aveva ancora sul tavolo, aveva una foca tagliata nel mezzo e loro dalle ossa di questa foca prendevano la carne per mangiarla, oppure tutto quello che c'era attaccato a questa ossa. Ah, quindi proprio direttamente, crudo. Also gleich surru. Jawohl, und ich bin vegetarier. E lui è vegetariano. Und ich will diese Menschen zu freunden machen. E lui si voleva fare queste persone, voleva fare amicizia con queste persone. Das war eine harte probe für mich, aber mit viel tact, habe ich es geschafft, weiterhin überwiegend vegetarisch mich zu ernähren und trotzdem ihre Lebensgewohnheit, sie nicht zu verletzen mit meiner Art. Ich habe es geschafft, sie als Freunde zu gewinnen. Auch wenn ich bei der Jagd gewesen bin, mit ihnen Tiere erlegt habe, mit ihnen Tiere zerlegt habe, Tiere aufbewahrt habe, so wie sie es machen in den eingraben und einfrieren. Und alles habe ich mitgemacht und bin trotzdem überwiegend vegetarisch geblieben. Allora, lui la maggior parte del tempo è stato vegetariano lì, però lo stesso l'ha fatto capire in un senso di non farli, sì, di non metterli a disagio. Per esempio, lui è andato con loro a caccia, ha ucciso con loro gli animali, sì, li ha aperti gli animali, li ha pure congelati, sì, ha aiutato nella preparazione di questi animali, è tutto. Però è sempre stato vegetariano pure.